Das sieht noch alles human aus. Hier klitzert irgendwas. Hier ist ein... Ist hier ein Lizard? Was ist denn das hier? Da geht's runter. Hm. Hier sind ganz viele andere Dinger. Warte, ich... Nehme mal was zu mir. Das ist mir sonst ein bisschen zu heikel. Also ein kleiner sollte lang. Und hier ist nix außer das hier, oder was? Zauber Quarzring plus 3. Die Frage ist, was ist das da? Da ist ne Tür, okay. Glühendes Eisenzepter, nicht im Inventar. Das ist vollkommen richtig. Das hätte ich sonst gewusst. Ja, okay, da ist nix. Da bewegt sich das dann hierher, oder was, wenn ich das Ding im Inventar hab? Na, dann ist hier jetzt gar nix, außer das, oder was? Oh, 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 oh. Dann müssen wir quasi da hinten lang, oder was? Ach, klasse. Das ist ja nicht so schön. Hä? Warte mal. Was ist denn das da? Bin ich da hergekommen? Da ist ein Leuchtfeuer. Uh. Ich krieg ne Macke. Ach Gott, ey. Das wär's ja auch gewesen. Kann ein Leuchtfeuer nicht benutzen. Warum nicht? Ist da noch ein Gegner, oder was? Hä? Was wollt ihr von mir? Magiestein. Warum geht das nicht? Ja, ich bin leider nicht 40. Nein. Was heißt leider? Ich bin zum Glück noch nicht 40. Das dauert noch ein paar Jährchen. So. Ja, Maldron ist in seine Welt zurückgekehrt. Hat er Pech gehabt. Kann auch bleiben. Okay. Ich habe das leise Gefühl... Oh, 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 oh. Ey. Ey, ich könnte jetzt theoretisch eh erstmal sterben, weil... Ich hab keine Flakon mehr. Und das... Na, scheiße. Mit Feuerfallen wäre das echt schon ein bisschen... Nein, 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 nein. Ein bisschen cooler. Scheiße. Okay, es klappt nicht. Ich lasse ihn jetzt einfach mal sterben. Absichtlich. Ich hab das Leuchtfeuer eh gesaved. Und ich müsste da jetzt theoretisch ankommen, auch wenn ich ihn nicht ran gesetzt hab. Deswegen. Ich hab jetzt keinen... Ich komm mich ja nicht ran setzen. Hatte keine Flakons mehr. Und ja, das Weiterkommen war dann eher bedingt, ne. Ich muss an die Statue. Ja, ne. Ich konnte mich ja nicht ins Leuchtfeuer setzen. Das ging ja nicht. Ich war ja irgendwie durch irgendwas im Kampf. Und ich konnte mich nicht ran setzen. Fragt mich nicht, wieso. Deswegen... Hatte ich halt keine Flakon-Auffüllung. Ich werd mal an die Statue ranhauen. Und gucken, was da passiert. Dreht die sich denn etwa, oder was? Ah, okay. Danke für diesen krassen Tipp. Das ist ja sehr praktisch. Okay. So, scheiße. Hab ich geahnt. Weg. So, und ab ins Feuer. Ja, jetzt hört's auf, ne? Spinnenwohl, oder wat? So, okay. Ich muss mal Anlauf nehmen. Und... Los. Scheiße. Hat nicht so ganz geklappt, wie ich mir das vorher gestellt hab. Hier ist ein Hebel. Oh, oh, oh. Weg, weg, weg. So. Backstab. Mädchen. Ab ins Zinn. Und... ins Gesicht. Alles klar. Läuft. Und... Ab dafür. So. Da sind gleich zwei da hinten. Ja, die nehmen aber jetzt nicht so unbedingt Schaden. Okay, was hab ich jetzt damit bezweckt? Ich hab das ja noch nicht gedrückt, ne? Ja, doch. Das Tor geht hoch. Das war so ein bisschen klar. Die Frage ist... Was ist hier? Das ist die Frage. Das ist ein kleiner Shortcut, ne? Wenn ich jetzt hier aufmache, kann ich bestimmt dann später auch noch das andere Tor aufmachen. Ist das so? Man weiß es nicht. So, naja. Gehen wir erstmal da hin. Machen wir die alte irgendwie fertig. Yo. So läuft das. Und nicht anders. Ich hab keine Ahnung, Sam, Bro, wie lang die Session heute geht. Bis ich keine Lust mehr habe. Wie lange spielen wir denn, ne? Eineinhalb Stunden oder so, momentan. Mit anfänglichen Schwierigkeiten. Ähm, müssen wir mal gucken. Ne, die ganze Nacht schaffe ich dann doch nicht, ey. Ne, selbst bei Dark Souls... Äh, oder auch bei Dark Souls schwinden die Kräfte irgendwann. Sunny, ne? Äh, ich kann da auch nicht den ganzen Tag. Das geht nicht. Also, so wie Möwe und Slav irgendwie das Ding in sieben Stunden durchhauen. Das werd ich körperlich wahrscheinlich nicht schaffen. Ähm, weil ich hab jetzt schon Hunger. Erste ist ja quasi ein freies Lagerfeuer. Das zählt ja nicht richtig. Das kriegst du ja frei Haus. Ey, was kann denn die denn? So, ich hau sie jetzt einfach weg. Das ist mir scheißegal. Ich baller sie jetzt weg. So. Man könnte jetzt... Ah, dafür ist es wahrscheinlich auch gedacht. Ich teste jetzt mal was. Ich schicke jetzt die mal nach rechts. Das ist wahrscheinlich... Habt ihr das auch schon gesagt oder gedacht? Mann! So, lauf mal weiter dahin. Komm. So, na, komm, weiter. Noch ein kleines Stückchen, Kollege. Na, 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 na. Ich seh nix mehr. So, und... Es knallt. Jawoll. Und die alte ist immer noch nicht tot. So. Ich trinke noch schnell was. Dann mach ich mal so hier. Und dann läuft das. Alles klar. So, und zack. So muss er sein. So, dann können wir den Shortcut hier freimachen. Oh. Weg, 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 weg. Weg, weg. Ah. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Wie mach ich denn das jetzt? Okay, er ist ja durchgelaufen. Er kommt mir jetzt hinterher. Wie es scheint. Ach, er brennt auch. Okay. Weg, weg. Alter. Okay. Dann geh ich jetzt hier hin. Und... Vielleicht geht er ja gleich in die Luft. Jawoll. Das hat auch nicht so viel Schaden an ihm gemacht. Nicht so viel, wie ich gehofft hab. Okay. Weg, 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 weg. Ich renne jetzt ein bisschen. Ich kann ihn auch zigmal durchs Feuer führen. Dann kriegt er auch langsam Schaden. Flammendämon. Ja, das sieht so aus, als ob da irgendwie gleich ein Flammendämon kommt. Oder irgendwann zumindest. So, ich lass ihn erstmal in Ruhe hier. Der kann mir eh gleich nicht mehr folgen. So. Okay. Ist er jetzt tot? Habe ich gerade Segen gekriegt? Da ist auch noch ein Nebeltor. Das könnte jetzt langsam mal ein Boss sein. Eventuell. Ist hier noch ein Leuchtfeuer oder so? Das kann ja sein. Dann fangen wir nämlich gleich eventuell schon mit einem Boss an. Ah, hier ist noch was. Das ist auch eine Art Shortcut, ne? Wo komme ich denn da raus? Also es ist tatsächlich vielleicht ein Bosskampf. Wenn das jetzt hier möglich ist. Da komme ich nämlich direkt zum Leuchtfeuer. Liebe Freunde, wir machen eine kurze Pause. Oder schreibt mal kurz in die Kommentare. Ob, ähm, ja. Ja, ob es da jetzt einen Boss gibt oder nicht. Beziehungsweise in den Twitch-Chat, äh, Chat, ne? Gibt es da jetzt einen Boss da hinten, was ich dachte, bei dem Turm? Oder gibt es da keinen Boss? Wenn es da einen Boss gibt, machen wir an dieser Stelle eine kurze Pause. Und ich warte mal. Warte mal, ich warte mal hier oben. Und dann legt euer Zeichen hin. Wir machen 5 bis 10 Minuten Pause. Dann legt euer Zeichen da hin. Und ich beschwöre euch dann für den Bosskampf, würde ich sagen. Tschüss, Sunny. Bis später. Ja, ist es jetzt ein Bosskampf oder nicht? Das ist jetzt die große Frage. Ich gucke jetzt mal noch kurz in den Chat. Der einzige Boss ist hier Kalex. Yeah, das denke ich nicht. Liebe Freunde, okay. Ich nehme mal an, es ist ein Boss. Legt euer Zeichen hier hin. Wir sehen uns in, ja, ein paar Minuten wieder. Für die anderen Leute auf YouTube, die das später sehen. Wir sehen uns morgen wieder bei einer neuen Folge Dark Souls. Und da geht es dann rund mit einem Bosskampf, nehme ich mal an. Mit Leuten von euch. Mal gucken, wer hier alles sein Zeichen legt. Nochmal zur Erinnerung. Kurz gesagt, für die Leute, die auch vielleicht ein bisschen später kamen. Ich mache jetzt hier den Ring des Bindens ab. Und lege den Namenskraburring an. Da. Mit dem Na'Amar, Gott des Blutes. Das ist ganz wichtig. Gott des Blutes muss aktiv sein, der Na'Amar. Und dann legt euer Zeichen hier her. Ich mache mich menschlich. Und wir verabschieden uns in die kleine Pause. Wir sehen uns gleich wieder, hören uns gleich wieder. Und ja, bis gleich. Kein Boss. Na toll. Ich mache trotzdem kurz Pause.